Und tatsächlich, ich muss gestehen, ich wusste nicht, dass in Costa Rica außerhalb vom Arenalgebiet noch so ein Traumfluss existiert und Wassertemperatur circa 38 Grad. Es ist wirklich unbeschreiblich. Dieses Paradies überrascht mich auch nach 18 Jahren. Und wie man hier sieht, Wald und Freit, keine Menschen. Wahnsinn. Paradise found it. So, jetzt geht es natürlich hier baden. Unfassbar schön. Man läuft hier. Wo ist denn der Wanderweg? Hier, genau. Und es sind verschiedene Naturpools. Und das Wasser ist glasklar. Und wie gesagt, um die 38 Grad. Und ich komme gerade aus dem Staunen gar nicht raus. Ich bin so, so geflasht von so viel Naturschönheit. Und es ist irre. Es ist einfach irre, dass es sowas überhaupt gibt. Unsere Erde ist so einzigartig, so wunderschön. Und Costa Rica ist so gesegnet mit so viel Naturschönheit. Und ja, ganz viel pura vida. Und ja, ganz viel pura vida. Und da, ganz viel pura wieder. Und das ist ein Dreimal. Und bitte. Untertitelung des ZDF, 2020